Kindertagespflege bezeichnet die zeitweilige Betreuung von Kindern bei einer Tagespflegeperson. Sie wird nach 22 ABS 1 S. 2 SGB 8 von einer geeigneten Tagespflegeperson entweder im Haushalt der Personensorgeberechtigten oder im Haushalt der Tagesmutter bzw. des Tagesvaters geleistet. Deutschland. Die Kindertagespflege ist nach dem Tagesbetreuungsausbaugesetz von 2004 neben der Tagesbetreuung in Kindertageseinrichtungen eine gleichwertige Form der Kindertagesbetreuung. Die bisher in Deutschland noch weitgehend privat organisierte und finanzierte Tagespflege dürfte zukünftig demnach immer stärker in den öffentlich geregelten und finanzierten Jugendhilfebereich übergehen. Tagespflege ist eine familienähnliche Betreuungsform und wird vor allem für Kinder unter drei Jahren in Anspruch genommen. Die individuelle Förderung, die familiäre Betreuungssituation und die hohe zeitliche Flexibilität werden als wesentlicher Vorteil der Tagespflege gegenüber der Kindertagesstätte gesehen. Eine Tagespflegeperson, die sich fachlich, persönlich und gesundheitlich eignet, betreut ein bis fünf Kinder. Sie braucht geeignete Räume und eine Pflegeerlaubnis. Über die Eignung der Person oder der Räume treffen einige Landesgesetze nähere Festlegungen. Zuweilen haben auch die vermittelnden und finanzierenden Jugendtempter eigene Beurteilungsmaßstäbe. Seit 2006 müssen alle Kindertagespflegepersonen eine pädagogische Qualifizierung und einen Erste-Hilfe-Kurs am Kind nachweisen. Die Vorgaben der zuständigen Behörden weichen stark voneinander ab. Einige Bundesländer bzw. Städte und Kreise erwarten 160 Unterrichtsstunden, andere nur 16 Unterrichtsstunden, jährliche Fortbildungen sind verbindlich. Bis Frühjahr 2012 hatten rund 43.400 Tagesmütter und Väter eine solche Schnellausbildung durchlaufen. Kindertagespflege ist auch in einer Großtagespflegestelle, kurz Großpflegestelle, möglich. Bei der Großtagespflege arbeiten mehrere Tagespflegepersonen zusammen und betreuen ihre Tageskinder in gemeinsamen Räumlichkeiten. In der Regel werden dazu spezielle Räumlichkeiten, zum Beispiel eine geeignete Wohnung, angemietet bzw. eingerichtet. Wenn in der Großtagespflegestelle mehr als neun Kinder betreut werden, muss mindestens eine Tagesmutter oder ein Tagesvater eine pädagogische Fachkraft sein. Der Vorteil von Großtagespflegestellen liegt in der größeren Flexibilität. Kosten für Räume können geteilt werden und Tagespflegepersonen können sich gegenseitig vertreten. So dass die mit der Erkrankung einer Tagespflegeperson verbundenen Risiken gesenkt werden können. Außerdem sind die Kosten für die Kommunen geringer als bei der Förderung von Kinderkrippenplätzen. 2008 gab es in Berlin 372 Großpflegestellen. Die Zahl der Kindertagespfleger nahm von 2009 bis 2012 um 12 Prozent zu. Betreuungsanspruch und Finanzierung Das Jugendamt prüft die Voraussetzungen und finanziert eine Groß- bzw. Tagespflege bis dreijähriger Kinder bei Berufstätigkeit, Ausbildung oder beruflicher Eingliederungsmaßnahme der Eltern oder einem besonderen Förderungsbedarf des Kindes. Wie in der Kindertagesstätten beteiligen sich die Eltern und zahlen entweder an das Jugendamt oder an die Tagespflegepersonen. Seit dem 1. August 2013 haben auch Eltern, die keiner Berufstätigkeit nachgehen, einen Rechtsanspruch auf einen Kinderbetreuungsplatz, der eingeklagt werden kann. Es gelten Einschränkungen bezüglich der Betreuung durch Verwandte. Es gelten Einschränkungen bezüglich der Verwandtschaftsbeziehung zwischen Tagespflegepersonen und betreutem Kind. Das Gesetz zur Förderung von Kindern unter drei Jahren in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege änderte das 8. Buch Sozialgesetzbuch. Und 39 Absatz 4 Satz 4 lautet seit dieser Änderung 1. die Pflegeperson in gerader Linie mit dem Kind oder Jugendlichen verwandt und kann sie diesem unter Berücksichtigung ihrer sonstigen Verpflichtungen und ohne Gefährdung ihres angemessenen Unterhalts Unterhalt gewähren. So kann der Teil des monatlichen Pauschalbetrags, der die Kosten für den Sachaufwand des Kindes oder Jugendlichen betrifft, angemessen gekürzt werden. So verlangt beispielsweise das Bayerische Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz, dass die Tagespflegeperson vom örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bzw. von einem von diesem beauftragten Träger vermittelt worden ist und mit dem Kind nicht verwandt und nicht verschwägert ist. Zuvor hatte in Hessen das Verwaltungsgericht Frankfurt am Main 2002 in einem Einzelfall entschieden, dass gemäß einstweiliger Anordnung das Jugendamt eine finanzielle Unterstützung zu gewähren habe, da die Großmutter nur gegen Entgelt zur Betreuung bereit war und mit der Betreuung des Kindes keine diesem gegenüber bestehende Unterhaltspflicht erfüllte. Neuere Entwicklung Angesichts des Mangels an Plätzen für jüngere Kinder erhält die Großtagespflege auf dem Hintergrund der Debatte um Vereinbarkeit von Familie und Beruf eine wachsende Bedeutung. Das Tagesbetreuungsausbaugesetz strebt einen Ausbau der Betreuung insbesondere durch den Ausbau der Tagespflege in Deutschland bis zu einer Versorgungsquote von 30% der unter dreijährigen Kinder an. Die erkennbaren Professionalisierungstendenzen verändern diese Tätigkeit von der honorierten ehrenamtlichen Kinderbetreuung zum Beruf. Dabei sind die Einkünfte aus öffentlich vermittelter Tagespflege steuerpflichtig. Die rechtlichen Regelungen der Bundesländer sind großteils der veränderten Bundesgesetzgebung noch nicht angepasst und auch der Ausbaustand der Großtagespflege ist in den Bundesländern sehr unterschiedlich. Im März 2010 nutzten die Eltern von 112.000 Kindern öffentlich geförderte Kindertagespflege. Wie viele Kinder von privat finanzierten Tagesmüttern betreut werden, ist statistisch nicht erfasst. Der Stundensatz für eine Betreuung liegt durchschnittlich bei 3,55 Euro pro Kind. In einer Stadt wie Leipzig werden 2012 2,67 Euro bezahlt, sodass den rund 500 Tagespflegepersonen etwa 700 Euro im Monat nach Abzug aller Kosten bleiben. Der Anreiz gering ist, sich in diesem Bereich selbstständig zu machen und sich voraussichtlich die Angebote in diesem Bereich nicht erhöhen werden. Pro und kontra einer Fremdbetreuung die NUBBek Nationale Untersuchung zur Bildung, Betreuung und Erziehung in der frühen Kindheit Http www.nubic.de schließt die Lücke in der bisherigen Forschung. Laut dieser Untersuchung sind Kinder aus Tagespflegeeinrichtungen sogar leicht im Vorteil im Vergleich zu gleichaltrigen Kindern, die in anderer Form betreut werden. Die Gleichstellung der Betreuungsangebote durch den Gesetzgeber beruht somit auf belastbaren Fakten. Gegen jede Form von Fremdbetreuung für Säuglinge und Kleinkinder sprechen sich folgende Wissenschaftler aus. Der Göttinger Neurobiologe Gerald Hüther, Michael Schulte-Markwort und der Leiter des Sozialpädiatrischen Zentrums Bielefeld, Rainer Böhm. Letzterer ist Clara Befürworter des Betreuungsgeldes. Für Sprecherin für eine Fremdbetreuung ist zum Beispiel die Wissenschaftlerin Iselotte Arnert aus Wien, die einen beruflichen Hintergrund aus ihrer Tätigkeit an der Humboldt-Universität Berlin in der DDR mitbringt. Für das Betreuungsangebot Kindertagespflege sind die niedrigsten Zulassungsvoraussetzungen wie Z. B. Die Personalqualifikation aller öffentlichen Betreuungsformen für Kinder und Jugendliche gesetzlich vorgeschrieben. Und es werden die niedrigsten Kostenzuwendungen durch die öffentliche Hand gewährt. Das persönliche Engagement der Tagespflegepersonen ist beträchtlich. So ist es auch nicht unüblich, dass zum Beispiel die Ehepartner die Tagespflegeperson mit ihrem eigenen Einkommen unterstützen. Um die Kinderbetreuung überhaupt erst wirtschaftlich zu ermöglichen, die Lehrgänge für Tagespflegepersonen umfassen bisher meist 160 Stunden. Darauf aufbauend sind jährliche Fortbildungen vorgeschrieben. Es muss eine besondere Eignung nachgewiesen werden. Die Räume zur Betreuung werden durch die Jugendhempter auf geeignete Einrichtungen hin überprüft. Tagespflegepersonen sind zum großen Teil Mütter oder Großmütter, die über eigene jahrelange Erfahrungen im Umgang mit Kindern verfügen. Sie können häufig auch eine bereits abgeschlossene Ausbildung zu einem Beruf nachweisen. Die Kindertagespflege ist gesetzlich der Betreuung in einer Kita gleichgestellt. Doch ist die Ausbildung einer Kindertagespflegeperson nicht mit einer staatlich anerkannten Erzieherin vergleichbar. Deren Dauer der Ausbildung variiert, je nach Land und Vorbildung oder Praxiserfahrung, zwischen zwei und fünf Jahren. In Kitas werden wesentlich mehr Kinder durch eine einzige Erzieherin betreut. Um diesem Mangel entgegenzuwirken, werden die Erzieherinnen oft durch Auszubildende und geringer Qualifizierte unterstützt. In einem Prozess gegen zwei Tagesmütter, der mit Freispruch vor dem Magdeburger Landgericht endete, wurde vom Richter gefordert. Die Qualifizierung sollte ausgebaut werden, um Tagespflegepersonen fitter zu machen. Österreich Die Kinderbetreuung bei Tagesmüttern wird in Österreich je nach Bundesland unterschiedlich gehandhabt. Nach der Vereinbarung über den Ausbau des institutionellen Kinderbetreuungsangebots zwischen Bund und Ländern sind Tagesmütter jedoch übereinstimmen facheinschlägig ausgebildet und haben eine behördliche Bewilligung im Sinne der einschlägigen Gesetze. In Vorarlberg findet eine fachliche Auswahl, Ausbildung, Weiterbildung und Begleitung der Tagesmütter über die Vorarlberger Tagesmütter gemeinnützige GmbH statt. Die gesetzlichen Rahmenbedingungen für die Kinderbetreuung bei einer Tagesmutter sind im Jugendwohlfahrtsgesetz geregelt. Dies gibt unter anderem Auskunft über die Pflegebewilligung, die jede Tagesmutter haben muss, die Pflegeaufsicht, die über die GmbH in Zusammenarbeit mit der JWF geleistet wird und die erlaubte Anzahl an Kindern, die betreut werden kann. Die Tagesmütter bieten ihre Betreuung in ihrer eigenen Wohnung bzw. ihrem eigenen Haus an. Die familienähnliche Betreuung ist sehr flexibel und auf die Wünsche und Bedürfnisse der Kinder und deren Eltern abgestimmt. Soziales Lernen und pädagogische Förderung kann in den kleinen, altersgemischten Gruppen stattfinden. Die Tagesmutter kann auf die Kinder eingehen und sie fördern und unterstützen.